Cheyenne Ochsenknecht schwebt im siebten Himmel. An Silvester hat Freund Nino um ihre Hand angehalten. Das Model spricht jetzt erstmals über seinen besonderen Jahreswechsel. Cheyenne Ochsenknecht, 21, strahlt vor Glück und präsentiert stolz ihren Verlobungsring auf Instagram. Nachdem die Tochter von Natascha, 57, und Uwe Ochsenknecht, 65, im vergangenen Jahr 2021 Mutter der kleinen Mavi wurde, wird sie nun bald Ehefrau ihres Verlobten Nino sein. Der Österreicher hat ihr zum Jahreswechsel einen Antrag gemacht. Cheyenne Ochsenknecht, eigentlich war es ganz anders geplant. Ein wunderbarer Start ins neue Jahr, der allerdings offenbar nicht so gelaufen ist, wie Nino es sich vorgestellt hat. Eigentlich war es ganz anders geplant. Wie ich im Nachhinein erfahren habe, erklärt Cheyenne. Was schief gelaufen ist, will die frisch Verlobte allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Wie sehr sie sich trotz des mutmaßlichen Missgeschicks über ihren neuen Status freut, sehen Sie im Video von RTL. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017